bisschen gameplay ungemodel spielt noch mal cs go aber wir haben wir haben das neue scope drauf wie heißt es noch mal hier damit haben wir noch nicht gespielt wollen mal gucken was die teamkollegen können oh mein gott der gar dahin gefickt das war ein sauberer headshot alter jetzt hier warte mal wo ist meine ak egal ich mache alles so war der warte warte oh mein gott guck mal hier habt ihr meine schönen handschuhe gesehen es war ein gegner digger auch legt mich am arsch also hier kann ich die ak nicht nehmen okay gut dann nehmen wir macht den guten seiten einfach so was von maximal doch in dem spiel er hat auch noch mit scope gespielt oder oh mein gott der weiß gar er weiß jeden schritt ganz genau den ich hab dich am arsch einer team wechseln man so jetzt hier die dicken geschütze meine steps sind so laut ja das nächste mal lauf hier auf sand also auch fehler nega ich habe ihn doch entdeckt gegeben ich brauche team des mensch stecker ich muss team des mensch spielen vertraut mir team des mensch ist mein ding ja es ist es ist es chad äh ähm csgo ist von allen spielen die ich gespielt habe das schwerste spiel für mich digger absolut so jetzt aber chad warum warum ist da die scheiß warum habe ich da nicht eine vernünftige ak ausgerüstet das hat durchgereiht in diesem spiel egal komm wir machen kills warum ist da hier so eine komische waffe eingestellt digger und nicht meine gute hab mir viel zu meinem zu dem sieg beigetragen digger kappi klappi ein schuss habt ihr gesehen ein schuss direkt nachgeladen ist so dumm eigentlich das ist eigentlich wirklich so dumm damit hilft weil ich der profi bin digger hat aber nicht mehr viel leben gehabt der wixer ach so das war nur aufwärmrunde ach digger ich habe gedacht ich habe hier gerade spiele entscheidend mich eingeschaltet hier ist noch einer bleib mal stehen hallo von zwei seiten meine fresse die spiel mit dem bild von seiner mutter als profil bild hatte ich angesprochen das war auch im kopf ja ja empfindlichkeit vielleicht empfindlichkeit vielleicht zu hoch haben wir gewonnen ja wir haben gewonnen sehr gut aufwärmphase ich will einen messern digger mit meinem messer ein messer mit meinem messer ja komm 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 bitte bitte lass dich messern nicht mal mit dem 3000 euro messer gewinne ich digger das ist so traurig das spiel nicht mal das reinpälen hat sich gelohnt oh man ich zerbreche kein pay to win scheißspiel eigentlich die mochte ich auch ganz gerne also normalerweise ist es doch ein schuss kopf tot oder ich weiß nicht ich war doch drauf so also auf den kopf müsste eigentlich auch einen schuss auf den kopf getroffen haben das ist so frustrierend digger dieses spiel also paxing kann ich auf jeden fall deutlich besser ah ja nee gutes spiel gutes spiel not gegen elend not gegen elend aber die desert eagle finde ich eigentlich ganz geil digger muss ich gestehen wenn ich jetzt damit noch gut spielen könnte dann wäre alles in ordnung digger es ist so hardcore frustrierend ja ich hab's gemerkt guck mir dich die ganze zeit an als wenn ich die tippen von deiner fetten mutter bin alter meine fresse es nervt kannst du noch mit controller spielen ne 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 das wäre sünde das wäre sünde digger wir haben wieder verloren digger wir haben wieder verloren so jetzt aber ein messer digger jetzt für die ehre damit sich das ganze so effekt ja komm mal bitte bitte oh man ey man ich darf nicht mal jemanden messern das ist doch scheiße digger ich will jemanden neifen ja weil ich besser bin pay to win ja noch ein messern halt mal den rücken nein jetzt stell doch mal den hier komm mal her hier oh man ey oh von hinten digger dieser xenix chapo digger ich chapo sein vater digger man das regt mich auf immer von hinten getötet zu werden ja richtig der eismann digger ja bing bong ja bing bong sorry ey alles entspannt mein Fehler vielleicht kommt wieder was von hinten jungs vertraut mir ich gebe euch rücken hey was das für ein spawn habt ihr gesehen digger der hat ein bild von seiner mutter drinne der fettwanz der eismann du bist so scheiße digger sag ich dir so ganz offen und ehrlich so wie es ist der ist so scheiße der eismann naja das war nicht der eismann sonst wäre ich auch sauer gewesen digger dieser fettwanz bin doch da gerade gespawnt digger wo ist dann mein spawnschutz och man ey ja das in nahkampf fällt mir echt schwer die waffe kontrolliert auch in Richtung kopf die ganze zeit das kriege ich nicht hin digger aber es scheint so als wenn wir die runde noch gewinnen können der hackt den melde ich gleich der hackt vertraut mir der hackt den unten wieso kann er im spawnschutz schießen digger wenn er ja mein gott war der schlecht ich darf nicht so sprayen digger ja genau so und damit haben wir gewonnen auch mal mir selber lob geben 10 zu 12 super super